hallo leute da ist der domenico russo aus der schweiz ich möchte euch auf einen event der bald stattfinden wird aufmerksam machen und zwar das international drum camp.de das findet vom zweiten bis zum sechsten september 2019 in oberreute im allgäu statt für meine schweizer kollegen also nur etwa zwei stunden von zürich entfernt also ist ein katzensprung von zürich auch sehr empfehlenswert klaus hässler ist dort dominik rosa ist dort etwas auch organisiert und ich werde euch ganz viele tolle themen viel material über material von der praxis für die praxis zeigen von technik coordination independence für alle levels ist was dabei ja also die teilnehmer werden in gruppen angeteilt nach level anfänge fortgeschrittene lehrer profis und so also es ist wirklich für jeden was dabei ist auch lehrer schüler package sehr interessant weil die lehrer sind dann unter sich und die schüler müderschüler sind unter sich man macht urlaub und so echt eine coole sache ich möchte kurz erläutern was ich so habe also drei themen unter vielen anderen die ich euch anbieten werde aber drei meiner highlights die ich persönlich highlights finde ich möchte euch zeigen wie ihr mit meinem buch quintessence ja das bei arthur music publishing erschienen ist wir damit arbeiten können das befasst sich ausschliesslich mit quintolen ich möchte euch zeigen wie damit arbeiten könnt die play alongs die da sind was ihr eben alles anstellen kennt sehr spannende sache dann möchte ich euch auch zum thema triolen habe ich ein paar ganz coole einheiten dabei und zwar bei triolen denken sehr viele schnell an jazz rhythm und so aber wie vielseitig triolen eingesetzt werden können wie vielen stilen sie eingesetzt werden können was man mit alles anstellen kann technik coordination fills styles und 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 das möchte ich euch auch da zeigen also echt empfehlenswert eine meine lieblingsthemen ehrlich gesagt und dann habe ich noch auch ein weiteres lecker bisschen mentales training für musiker in diesem fall spezial weil es nur drummers sind mentales training für drummer ja was mentales training alles kann und was dir das alles bringt werde ich euch da am 2 bis 16 september 2019 in oberreute im allgäu zeigen und zusammen mit klas hesse und dominik rosa wie das nicht total geile woche ja also ich erwarte euch international drum camp punkt de ur ог啦 ba und mit namens in den nächsten天 ühl hurry geh ha 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 ha